Hallo! Hallo, Menyo gegen Real Madrid. Okay. Ist sie ready? Ja, ja, einmal ready. Ich esse gerade Milchbrötchen. Kennst du die? Ja, kenn ich. Das war nice, ne? Die machen mich satt und man kann 100 Stück davon essen. Okay. Findest du nicht? Ja, ich hab zum Frühstück, zum Frühstück oder so gegessen und war satt. Erstmal. Jetzt haben sie sich den Ball geholfen. Ja, aber es sind ja auch kleine Dinger, Alter. Ja. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ja, ne, ist klar. Und ein Träumer. Der hat gesessen, ne? Wer hat Pause gedrückt, alter Ja, oder was? Ja, die haben Pause gemacht Kein Problem für den Gegenspieler, so ein Geschenk nimmt er gerne Oh Manchester United steht auch für eines der dramatischsten Spiele, an das sich Ja, Mann Es geht natürlich um das Finale im Pokal der Landesmeister Alter, weg Das ist Sehr gut Ah, Mann, ey Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr nach dem Gewinn der Meisterschaft und des FA Cup Ein unglaubliches Selbstvertrauen hat Was macht denn der, alter? Und das war wahrscheinlich Ja, versucht es, ne? Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist Achso Ja, hat schon verraten, ja Oh Digga, die Charger, oder? Die Charger? Ja, ich schaff das nicht, Mann Gut Alles ob, Mann Oh, ich sehe da oben gar nichts Die Maria Beine Rangelei um den Ball Wing Rooney Cristiano Ronaldo James Rodriguez Der Täusch da Boah Ja, das war knapp Hey, was macht er denn? Was ist das? Langsam wird es aber mal Zeit hier Das war eigentlich ganz gut, ne? Ja, aber Ja, wir schießen müssen eigentlich Aber egal Dank seiner Überseite konnte er den Ball ganz super abwacken Ja, ja, ja Gefährliche Knacke Ja, ja, ja Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest Da wird der Ball abgefälscht und geht jetzt aus Bam, 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 bam Bam, 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 bam Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück Da oben sieht man fast nix, ne? Na ja, ne? Na ja, ne? Zum Schatten Hm? Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefangen Groß Er sucht hier Cristiano Ronaldo Was? Schon sagen Torwart wird gleich abstoßen Das traut sich heute nicht mehr jeder So in einen Zweikampf zu gehen Toll gemacht, die perfekte Grätsche Gute Flanke Ah Jetzt zieht er ab Hm Eckball Es wird Eckball geben für Menü Ich hab mich ganz einfach so frei zu laufen Du hast gesehen, oder? Jo Tu immer die Falltaste nach unten, ne? Ja Und dann siehst du ja, unten geht so ein Taktikmenü auf Nach unten, ne? Ja, die Falltaste nach unten Geht net Nach unten nicht Wenn dann nach rechts und links, oder? Ne, ja, nach unten Ne Bei mir geht gar nix aus Mir geht gar nix aus Ja, der Junge ist schlau Er springt einfach über den Grät Und Und jetzt Das könnte passen Halt schon im Ansatz, dass er deutlich über seinen Kasten geht Halt Play ist nur eine andere Steuerung, weiß ich. Ja, vielleicht, ne, ne, vielleicht ist das einfach auch wieder Kapitänsache oder so. Kann der Schub sein. Kann auch sein. Das kam echt nichts. Falt hast du, hat er gesagt, ne? Ja. Alla. Komm gleich weiter. Was machst du denn da? So, ich guck mal. Du hast mal in der Mülltröschen gebissen, oder was? Haha, ne. Der Assistent entscheidet, abseits. Oh, was zu sein? Jetzt wird er abgefiffen, er steht 0 zu 0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler bei der Mannschaft. In Afrika, würden sie sagen, da liegt ein guter Zauber über diesem gegnerischen Tor. Sie treffen es einfach nicht. Ja, und wenn das mal nicht noch richtig nach hinten losgeht, ein Konter und die verlieren das Ding sogar noch. Wir müssen besser werden in der Schussgenauigkeit. Du meinst du nicht? Du musst besser werden. Ich schau besser werden, ja? Ja, ja, ja. Ja, okay. Ich rette uns immer den Arsch und so. Okay, weiter geht's, ne? Wir sind immer voll, Herr Gammler. Single-Tongle. Single-Tongle-Bob, hast du gesehen? Ja. Es guckt sich nochmal um, es sind alle da, der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Tag. Auf. Toll. Nee, es war schon unfair eigentlich. Bei FIFA 16 benutzen wir jetzt ja auch so einen Linien-Spray, ne? Keine Ahnung, man. Weiß es nicht, null Ahnung. Ich habe nie was gesehen davon. Was wirst du tun? Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Alter. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Und jetzt Robin van Persie. Das ist Tiano Ronaldo. Na! Ab jetzt. Verpisst euch jetzt. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Ashley Young. Äh. Ja, wo warst du denn? Äh. 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 Ronaldo will den Ball verteidigen. Achse. No. Ey, ich konnte nicht schießen, Mann. Du kennst die Scheiße. Ja, ja. Ist klar. Annehmen, Alter. Also wenn die Trainer ein Extra-Lob aussprechen nach diesem Spiel, dann muss das an die beiden Treuen untergehen. Und nun Michael Carrick. Oben? Ja. Hat er ihn noch mit einem Haar berührt, oder? Wie bitte? Mit einem Haar berührt. Ja, muss ihn doch noch mit einem Haar berührt haben. Ja, genau. Ah, schade. Ich wollte eigentlich, ich wollte anstatt Viereck, wollte ich, ich habe Viereck gedrückt, aber wollte eigentlich Dreieck, dann ist es besser gekommen. Der entscheidende Moment dazwischen. Da springt er wie ein Springbord. Boosh! Jawohl, Elfmeter. Elfmeter. Jetzt kannst du mal gucken, ob du den versenkst. Was kannst du machen? Du musst jetzt den versenken, ne? Ich weiß, ich habe überhaupt keinen Grund für Diskussion. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung vorbei. Ein sehr wichtiges, wichtiger Schuss. Spiel entscheidend, Saison entscheidend, ob wir absteigen sollen. Oh fuck, ich muss. Oh fuck. Oh nein. Ja. Aber der war ein bisschen verzogen. Ja, war der. Aber schön gemacht. Erstmal mit einem Milchbrötchen beißen. Ja. Ja. Lauf bis zur Runde. Ja, Haubert. Ich dachte, der passt ab, der Pisser. Ich meine, wir beide sind ja die Riesen-Experten, aber mit dem Tor haben wir wirklich nicht gerechnet. Nee, aber das nennt man dann wohl effizientes Chancenlust-Nutzen. Ja, das ist ja eine Riesen-Überraschung. Ja, hätten wir nicht gedacht. Okay. Mach dich bereit. Ja, bin bereit. Schöne Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Naja. Ganz sicher hat er das gemacht. Das wird gerade spielen, komm an. Und jetzt ist Robin van Persen. Was? Hey! Was hast du gemacht? Wer schießen soll, ich weiß. Ich hätte schießen sollen, Alter, warum? Tja. Ein Eckball wird's geben. Tja. Modric. Ein Versuch der Balleroberung. Alles auf? Ja, okay. Gut. Hast du mal Druck machen. 20 Minuten noch. Ja. Wir müssen uns richtig gut rasieren, Alter. Wir wollen das Ding ja gewinnen, eh. Normal, eh. Ja. Und jetzt Robin van Persen. Passt halt wieder. Da. Ja. Ja. Ah, jetzt noch ein Stück laufen können. Ja, er war zu schwach, ne? Ja, aber Angst. Und so kurz vor Schluss lege ich mich fest, wer jetzt das Tore schießt, der hat gewonnen. Alles klar. Korrekt. Ich lass das machen. Und jetzt Robin van Persen. Joioiii. Ah Nein. Absichtsentscheidung. Absichtsentscheidung. Abs ette. Aber ja. Abselhin zwar. Ab hierzu. Auf der Drehung alle, das wäre ja was gewesen. Haha. Hahahaha. 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 Ja, auch nice! Digga! Man, ich war noch dran an dem Fuckball! Nimmt er den nicht ab, ey! Alter, Ronaldo natürlich, ne? Ich war noch dran, ey! War das wirklich die Entscheidung? Nochmal das Tor aus anderer Kamera-Bärs. Schade, ey! Das machen wir aber noch. Digga, wieso hast du immer den Ball eigentlich? Komm, wir müssen noch eins machen. Jeeee! Was? Was ist das Ding vor? Ja, Mann! Ja, wir arbeiten an der Feinjustierung. Ist ja eine Ronald. Was? Abseits? Was? Super, Alter! Noch super! Ja, Mann! Da ist ein Spiel am Boden, könnte es sein... Trarafal, Freistoß! Wer? Der Tor war nur gekrault, ja! Ja, super! Chi-Chi! Ja! Wir steigen ab! Nein! Nein! Wir steigen ab, Alter! Zwei Spiele haben wir jetzt verloren. Was war denn das für eine Scheiße? Dieser Kack-Ronaldo, ne? Ja, Mann! Noch halten sie den Kopf über Wasser. Aber von Ferne wird das Geschwänzte... Steigen wir jetzt ab? Nein! Mann! Müssen wir gleich mal gucken, wie viele Punkte wir brauchen. Da, wir haben bis jetzt drei Punkte. Und wir müssen... Was müssen wir denn erreichen? Acht, neun, zehn... Zehn Punkte müssen wir wahrscheinlich erreichen. Ja, nein! Drei Spiele. Vier. Ach ne, acht Punkte müssen wir erreichen, so. Ja, ja, schon gut. Ich hab mich verzeiht. Drei Spiele. Warte? Ja. Zwei Spiele gewinnen. Zwei Spiele müssen wir gewinnen. Von sieben. Müssen wir zwei Spiele gewinnen. Ja, und dann, let's go! You're the... Achso, wir sind noch in der fünften Liga, oder was? Viertel. Viertel. Hup. Müssen wir wieder aufpassen, ich bin nämlich wieder wahrscheinlich Coop. Kapitän, meine ich. Ne, cool. So, nehmen wir den jetzt mal für eine Mannschaft. Brasilien. Ja? Hm? Was hatten wir eigentlich gerade? Menu. Manchester United. Wartet. Okay, wenn du die Spiele willst, unbedingt, ne? Nein, okay. Mache.